Und es ist nur deswegen so geil, es ist nur deswegen so gut, weil das Leben irgendwann endet, weil ich irgendwann sterben werde. Gott sei Dank werde ich sterben. Hey und willkommen zurück beim Set & Setting Podcast, dem Podcast für Psychedelika, Bewusstsein und Spiritualität. Ja, und es geht nämlich nicht nur um Psychedelika. Das magst du vielleicht denken, aber das ist nicht so. Aber es geht um viel mehr. Es geht um die persönliche und kollektive Weiterentwicklung unserer Spezies, um das jetzt mal so zu sagen. Dass wir uns weiterentwickeln und nicht stehen bleiben. Denn stehen bleiben ist immer Rückschritt. Und beim Projekt Set & Setting geht es natürlich allgemein nicht nur um Psychedelika, sondern um vieles, vieles mehr. Und wenn du immer up to date bleiben willst, was denn bei Set & Setting Neues gibt, was es denn für neue Podcasts gibt, neue YouTube-Videos, neue Artikel und sonstige neue Dinge. Zum Beispiel kommt Set & Setting bald im Fernsehen. Das wird in wenigen Wochen passieren. Und wenn du darüber informiert werden willst und noch sonstige weitere interessante Sachen, die ich persönlich auch gut finde und teilen möchte, dann folge doch mal unserer Telegram-Gruppe. Die Gruppe ist sozusagen da, alles teilen zu können, was ich und Set & Setting vielleicht anderswo nicht teilen können dürfen wollen möchten. Link ist in der Podcast-Beschreibung. Telegram hat ja inzwischen auch jeder gefühlt. Und wenn du Telegram auch hast, dann schau doch mal bei uns bei Telegram vorbei. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit diesem Wunder, tollen, schönen Podcast, der die ganze Message von Psychedelika, die ich persönlich auch wahrgenommen habe und was sich bei mir verändert hat und meine Ansichten auf Psychedelika und die Message dahinter und auf persönliche Weiterentwicklung ziehst du rein. Das möchte ich dir jetzt zeigen. Und übrigens, es lohnt sich bis ganz zum Schluss dran zu bleiben. So, das sage ich jetzt mal. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Wir legen los. Ich präsentiere dir mich selbst. Sechs Jahre konsumiere ich jetzt schon. Psychedelische Substanzen mache. Immer wieder Erfahrungen damit. Doch was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? Was habe ich in diesen sechs Jahren gelernt? Ich möchte dir bei diesem Podcast jetzt mal etwas darüber berichten, was mir das jetzt alles gebracht hat. Was sind denn meine einzelnen Erkenntnisse? Und da habe ich dir fünf Dinge rausgesucht, die ich durch Psychedelika gelernt habe. Dazu muss ich natürlich sagen, das sind jetzt keine Dinge, die exklusiv für den Konsum solcher Substanzen irgendwie möglich sind, sondern du kannst diese Erkenntnisse auch ganz normal machen. Für mich ist eben der Unterschied hier bei einer Erkenntnis, die ich so mache, die ich intellektuell mache und einer Erkenntnis, die ich mit meinem ganzen Bewusstsein empfinde, spüre, wahrnehme, explodiere. Das ist wirklich was anderes. Das ist wie diese eine Erkenntnis, die jetzt übrigens keine dieser fünf Erkenntnisse ist, dass alles eins ist. Das ist ja so eine typische Erkenntnis, die jeder so ein bisschen verstehen kann. Jeder kann verstehen, dass unsere Welt eben aus Atommolekülen, Quarks besteht und die sind letztendlich ab einem bestimmten Level nicht mehr unterschiedlich. Das ist halt alles ein Einheitsbrei. Und das heißt, alles ist eins. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Die Trennung passiert ja nicht durch etwas Bestimmtes. Naja, aber dazu komme ich jetzt auch gleich noch. Aber genau zu dieser Erkenntnis möchte ich zum Beispiel sagen, alles ist eins. Das kannst du mega intellektuell verstehen. So, ah ja klar, verstehe ich, alles klar. Aber du kannst es nicht wirklich fühlen. Du kannst es nicht sein. Das kannst du erst, wenn du es einmal wahrst, so um das mal so zu sagen. Und genau auf solche Erkenntnisse möchte ich jetzt mal eingehen und dir mal ein bisschen so berichten, wie mich das alles verändert hat und vielleicht auch wie mich diese Erkenntnisse weitergebracht haben. Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Und da möchte ich jetzt auch gleich zur ersten Erkenntnis kommen. Die erste Erkenntnis ist, dass Angst der primäre Treiber der Menschheit ist. Angst, ja. Angst ist ja so eine ganz besondere Emotion. Sie ist negativ, müssen wir jetzt erstmal sagen. Wir möchten Angst nicht. Wenn wir entscheiden könnten, könnten wir immer sagen, ich möchte es nicht. Wenn wir jetzt hier einen Knopf hätten, auf dem draufsteht, du kannst die Angst jetzt abschalten, wenn sie gerade ist, dann würden wir draufdrücken. Zumindest in den meisten Situationen. Wenn wir gerade Angst haben, weil ein Tiger vor uns steht, dann wollen wir die Angst jetzt vielleicht gerade nicht ausschalten. Wahrscheinlich haben wir auch nicht mehr genug Zeit, dazu nachzudenken, ob wir sie ausschalten wollen oder nicht. Und genau deswegen ist die Angst ja auch da. Genau deswegen ist sie ja auch gut, weil sie nicht ausschaltbar ist in vielen Situationen. Weil das könnte tödlich werden, wenn wir jetzt einfach frei entscheiden könnten, ne, diese Angst möchte ich nicht, ne, diese Angst möchte ich nicht. Weshalb Angst ein sehr großes Gefängnis auch werden kann, wenn sie einfach passiert. Und wenn sie vor allem an Situationen passiert, an denen wir sie gar nicht brauchen. Weil dieses Beispiel, das ich jetzt gerade gesagt habe, mit einem Tiger, ja, da ist Angst auf jeden Fall sehr, sehr gut und wichtig. Aber was ist denn, wenn wir Angst davor haben, eine andere Person anzusprechen? Was ist, wenn wir Angst davor haben, unseren Job zu kündigen, weil er uns nicht gefällt? Was ist, wenn wir Angst davor haben, vom Fünf-Meter-Turm zu springen, obwohl das vielleicht Spaß machen würde? Was ist, wenn wir Angst davor haben, uns vor anderen Menschen zu öffnen? Dann wird es langsam nervig. Die Angst ist dann nicht mehr so gut. Die hält uns zurück. Aber sie war natürlich in irgendeiner Situation in unserem Leben auch gut. Und was ich eben gelernt habe, ist, dass Angst alles entscheidet. Angst löst Änderungen aus. Wenn wir Angst vor etwas haben, dann ändern wir uns, damit wir nicht mehr Angst davon haben. Wenn wir Angst vor etwas anderem haben, dann machen wir es nicht. Und das ist vielleicht auch eine Änderung, dann machen wir es nicht mehr, weil wir eben Angst davor haben. Und was ich stark gelernt habe durch Psychedelika, weil diese Erfahrung sehr viel Angst lehrt, das muss ich jetzt hier auch so sagen, wer sich mehr mit dieser Erfahrung beschäftigt und Erfahrung macht, der wird auch irgendwann Angst darauf kriegen, Ängste spüren, Ängste werden rauskommen. Und die Ängste werden dann nicht einfach nur so ein bisschen Angst sein und ich kann die Angst einfach wegdrücken, Ah ja, ist doch jetzt egal, komm, ist ja egal, brauche ich jetzt nicht spüren. Sondern die werden dich übernehmen. Du wirst pure Angst spüren. Du wirst sie ganz genau wahrnehmen. Richtig schlimmes Gefühl. Richtig schlecht. Wow. Angst bringt einen dazu, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun würden. Wirklich. Angst kann einen dazu führen, alles zu machen. Ich glaube auch daran, dass jeder Mensch die Fähigkeit hätte zu morden. Zum Beispiel, wenn die Entscheidung wäre, entweder du mordest oder du wirst ermordet. Dann hast du Angst davor. Todesangst. Eine der stärksten Ängste. Und dann wirst du alles tun. Und diese Erkenntnis, dass Angst so ein krasser Treiber ist, der dich zu allem verleiten kann, hat in mir sehr viel Empathie aufgebaut. Sehr viel Empathie für Menschen, die Angst haben. Und machen wir uns jetzt mal nichts vor, gerade jetzt auf dem Weltgeschehen herrscht extrem viel Angst. Es ist nichts weiteres als Angst. Und das merke ich dann immer, wenn Menschen sich bekriegen, weil sie unterschiedliche Meinungen haben oder weil jemand andere Ansichten hat und du findest das dumm. Oh Mann, hey, stellt euch doch mal nicht so an. So in dieser Richtung. Dabei haben alle nur Angst. Ganz ehrlich, jeder Mensch, der momentan oder auch allgemein etwas macht, was du vielleicht nicht gut findest oder ich jetzt nicht gut finde, der Mensch macht das oftmals aus Angst vor etwas anderem. Und was ich eben gelernt habe, ist, dass Angst so ein tief primäres, ursprüngliches Gefühl ist, dass ich nichts als Empathie mehr dafür habe. Das heißt, immer wenn ich jetzt jemanden sehe, der anderer Meinung ist, der nicht meiner Meinung ist, zum Beispiel Psychedelika ist natürlich auch ein gutes Beispiel, der jetzt sagt, ne, Psychedelika nehme ich nicht, das ist schlecht, da wirst du verrückt, du machst dich kaputt. Ich hatte da auch aus meiner Familie zum Beispiel Rückmeldungen, ja, du machst dich da kaputt, lass das, nachher kriegst du noch einen Bad Trip. Der erste Gedanke war so, hey, ich mache das schon alles gut, ich weiß schon, was ich tue. Aber umso mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, die Person hat Angst um mich. Und vielleicht auch Angst um sich. Manche Menschen haben Angst um sich, wenn es um Psychedelika geht und wollen sich schützen. Und das einfach nur aus Angst. Und so ist natürlich auch die Prohibition von Drogen entstanden. Nicht, weil die Regierung böse ist. Nicht, weil die Regierung sagt, euch unterdrücken wir jetzt. Vielleicht schon, aber diese Unterdrückung kommt von einer Angst. Nämlich von der Angst, dass es andersrum irgendwann passieren könnte. Von der Angst, dass wir irgendwann unterdrückt werden, wenn jetzt noch mehr Leute Psychedelika nehmen und vielleicht dann genauso wie die Hippies alle irgendwann gegen den Krieg sind und so weiter. Das ist nicht Boshaftigkeit. Das ist einfach nur Angst. Die Menschen wollen sich schützen. Jeder will sich schützen. Und ich glaube, wer das mal verstanden hat, wenn du das verstehst, also ich habe es auf jeden Fall verstanden, gefühlt zumindest, dass niemand wirklich böse ist, dass niemand wirklich falsch sein will, eine falsche Entscheidung treffen will. Jeder trifft die richtige Entscheidung für sich. Die richtige. Jeder Mensch in jeder Situation, auch Hitler hat mit jeder Entscheidung die richtige Entscheidung für sich getroffen. In seinem Bewusstsein war das immer die richtige Entscheidung. Und du das soweit mal verstehen kannst, das wirklich verinnerlichen kannst, dann folgt Empathie für jeden und für dich selbst vor allem. Weil auch du hast in jeder Lebenssituation die richtige Entscheidung getroffen. Du hast noch nie eine falsche Entscheidung getroffen. Weil wenn du jetzt die Zeit zurückdrehen würdest, zu genau dem Zeitpunkt, an dem du eine Entscheidung getroffen hast, zu der du jetzt vielleicht sagen würdest, das war eine falsche Entscheidung, dann würdest du wieder die exakt gleiche Entscheidung treffen. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Und das ist meine erste Erkenntnis. Das ist das Erste, was ich durch Psychedelika gelernt habe. Und das schließt auch ganz gut an die zweite Sache an. Und das ist, suche nicht nach der Wahrheit. Denn was ist die Wahrheit? Können wir die Wahrheit finden? Kannst du wirklich eine abschließende Wahrheit finden? Du kannst es zumindest versuchen. Es kann sich auch wirklich so anfühlen. Und das ist auch gut so. Das bedeutet nicht, dass wir einfach nicht mehr suchen sollten. Denn wir haben eben unser Ego. Wir haben unseren Verstand. Und der Verstand ist dazu da, um Wahrheit zu finden. Um Sinn zu machen. Sinngebung. Unser Verstand ist pure Sinngebung. Das ist der Mechanismus für Sinngebung. Das heißt, ohne Verstand hättest du keinen Sinn in deinem Leben und würdest psychopathisch sterben. Was ich allerdings wahrgenommen habe, ist, dass Sinngebung, Wahrheitssuche natürlich erstmal eine Perspektivgeschichte ist. Also jeder Mensch hat eine andere Wahrheit. Das sollte dir auch klar sein. Und das weiß wahrscheinlich auch jeder irgendwie. Jeder Mensch hat eine andere Wahrheit. Und das spielt auch auf das ein, was ich jetzt vorher schon gesagt habe. Dass jeder Recht hat. Jeder trifft die richtigen Entscheidungen. Und das zeigt ja, jeder trifft die richtige Entscheidung. Jeder hat Recht. Das heißt, auf irgendeiner Ebene passiert es ja, dass wir Menschen aneinander geraten. Passiert es ja, dass wir Menschen nicht Recht haben. Also gefühlt so. Der hat nicht Recht. Ich habe Recht. Der hat Recht. Das passiert ja auf irgendeiner Ebene. Und genau so verstehe ich auch Wahrheit. Wahrheit passiert auf Ebenen. Es gibt eben die persönliche Ebene. Einer der obersten Ebenen. Die neuronale Wahrheit, könnten wir es sagen. Das heißt, jeder Mensch hat Neuronen in seinem Gehirn und die sagen einem dann, du hast Recht. Also die geben einem durch das Zusammenspiel der Kommunikation untereinander das Gefühl von, du hast hier Recht. So. Wir haben jetzt hier ein paar Milliarden Menschen auf der Erde. Jeder Mensch hat ganz verschiedene Neuronen, beziehungsweise energetische Konstrukte in seinem Gehirn, die sich durch Neuronen austauschen. Und jeder hat eben ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen, ganz unterschiedliche Denkweisen. Und auf dieser Ebene hat ja jeder irgendwie Recht. Jeder hat eben das Gefühl von Recht. Und dann könnten wir eine Ebene tiefer gehen. Wir können zum Beispiel auf ein soziales Konstrukt gehen, auf eine soziale Ebene. Und hier haben manche Menschen Recht in ihrer Gruppe und dann andere Menschen auch wieder Recht in ihrer Gruppe. Das heißt, wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal Republikaner und Demokraten, das fällt mir jetzt gerade ein, in den USA. So, das sind zwei große Gruppierungen und in dieser Gruppierung haben diese Menschen wieder für sich Recht. Das ist ihre Wahrheit. Und so können wir immer weiter eine Ebene tiefer, eine Ebene tiefer, eine Ebene tiefer. Irgendwann kommen wir dann auf die Naturgesetze. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Apfel und lasse den runterfallen und der wird auf der Erde überall gleich schnell runterfallen. Na, kommt natürlich dann auch wieder darauf an, wie nah du am Erdkern bist. Aber das ist eine andere Frage. Letztendlich die Naturgesetze sind für mich die tiefste Ebene. Ne, nicht die tiefste, aber fast die tiefste. So, ganz unten. Das heißt, wenn du die Naturgesetze anzweifelst, das machen ja auch wieder Menschen gut. Dann gibt es dann wieder Naturgesetze, könnten wir auch wieder so als Bubble sehen. Und dann gibt es wieder die nächste Bubble, das ist eben die metaphysische Ebene. Wenn wir jetzt irgendwie glauben, dass es Dinge gibt, die jenseits der Naturgesetze existieren können, wie zum Beispiel frühere Leben oder dass das Bewusstsein einen Empfänger und Sender hat. Keine Ahnung, irgendwelche solche Sachen. Die können wir ja bisher noch nicht in den Naturgesetzen verankern. Und deswegen ist das wieder so eine eigene Bubble, bei der es darum geht, dass es Dinge gibt, auch ohne außerhalb dieser Naturgesetze. Und das heißt, aber was du daran ja auch schon erkennst, was ist denn jetzt die tiefste Ebene? Gibt es denn eine tiefste Ebene, die wirklich universell wahr ist? Und genau das ist das Problem. Jeder sucht nach der universellen Wahrheit. Und dabei befinden wir uns in einem Körper, der von ein paar Milliarden Neuronen gesteuert wird. Und wie willst du damit auf universeller Skala eine Wahrheit herausfinden? Das ist sehr beschränkt. Wir Menschen sind sehr, sehr beschränkt jetzt verglichen mit dem Universum, wie groß das ist. Das heißt, weil wir so etwas Komplexes wie das Universum in einem vergleichsweise einfachen System wie dem menschlichen Gehirn, also für uns Menschen ist das Gehirn ja eines der komplexesten Systeme überhaupt, aber jetzt von der Skala her, weil wir eben die Wahrheit, weil wir eben das Universum simplifizieren müssen und es auf die Symbolik der menschlichen Sprache und des menschlichen Bewusstseins reduzieren müssen, können wir es nicht eins zu eins abbilden. Das heißt, unser Ego, unser Verstand verschleiert sehr, sehr viel, weil unser Ego natürlich erkennt, wir können die absolute Wahrheit hier nicht finden, und deswegen verschleiern wir das, deswegen gibt es bestimmte Konzepte in unserem Gehirn, die eben dafür sorgen sollen, dass wir nicht umherschwirren und niemals die Wahrheit finden. Das wäre nämlich ganz schön schlecht, das wäre eine Gefahr für uns Menschen, weshalb unser Ego alles verschleiern muss, alles simplifizieren muss, alles auf den Menschen anpassen muss. Deswegen, was ist jetzt die Wahrheit? Was liegt hinter dem Menschsein? Was ist die tiefste Schicht? Und das habe ich durch Psychedelika gelernt, dass es nur eine Wahrheit gibt, eine universelle Wahrheit. Und das ist die Existenz selbst. Und Existenz, das Wort Existenz, das ich jetzt hier gerade verwendet habe, ist ja schon wieder ein Wort. Das heißt, ich habe wieder mit menschlicher Sprache der Sache ein Wort gegeben. Deswegen, es ist mir unmöglich, das auszudrücken, was ich gelernt habe, was die ultimative Wahrheit ist. Es ist unmöglich. Ich kann nur Wörter der menschlichen Sprache verwenden, die aus meiner Lebenserfahrung und aus meiner Kapazität, meiner Rechenleistung, meines Gehirns wohl am ehesten rankommen. Und das ist sowas wie die Existenz selbst, das Universum selbst. Viele nennen es auch das universelle Bewusstsein. Was auch oft fällt, ist, Martin W. Ball hat diesen Begriff entwickelt oder öfters eingesetzt. Und das ist Gott. Und Gott ist auch ein sehr gutes Wort dafür. Aber da müssen wir aufpassen, weil wenn wir Gott hören, assoziieren wir das direkt wieder mit Geschichten, die wir im Laufe unseres Lebens gelernt haben, die in verschiedenen biblischen Schriften oder anderen religiösen Schriften erleslich sind. Das bedeutet, Gott, Punkt, da kommt nichts mehr dahinter. Und das habe ich gelernt durch meine Erfahrung mit 5-M-E-O-D-M-T, welcher dafür bekannt ist, dass sie so die intensivste psychedelische Substanz ist und den größten oder den intensivsten oder den reinsten Ego-Tod auslöst im Menschen. Das heißt, wenn unser Verstand am reinsten ausgelöscht wurde, das ist die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und wie gesagt, sobald ich jetzt anfange, das zu erklären, verwende ich ja wieder Worte, aber ich möchte es trotzdem tun. Nun, die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist, dass wenn der Verstand der Teil von uns der Sinn geben soll, der Teil von uns der Wahrheit suchen soll, wenn der ausgelöscht wird, wenn der nicht mehr da ist, wenn das Gefühl von Trennung nicht mehr da ist, denn dafür ist das Ego auch da, es trennt zwischen uns und der Außenwelt, wenn das weg ist, komplett weg ist, dann ist nichts mehr übrig, das beobachten kann. Also viele denken auch, wenn sie psychedelische Erfahrungen machen und dann wieder rauskommen und erklären können, was passiert ist oder zumindest noch irgendwie wissen, so halb, dass das ein kompletter Ego-Tod war. Das war kein kompletter Ego-Tod, weil wenn da noch etwas da war, das beobachten kann, dann waren ja wieder zwei Sachen da. Dann war ja ein Beobachter da und etwas da, das beobachtet werden kann. Aber die Erfahrung, die ich mit 5 Meodemt gemacht habe, war so pur, dass nichts mehr da war, vermute ich jetzt mal. Das ist ja auch wieder so, keine Ahnung. Aber das war die pure Existenz selbst. Und das ist für mich die Wahrheit. Das ist für mich die ultimative Wahrheit. Existenz. Aber wie gesagt, das Wort ist auch nicht ausreichend. Es gibt kein Wort, das ausreichend ist. Das bedeutet alles, alles in unserem Menschsein, alles, was wir wahrnehmen können, alles, was wir glauben, was wahr ist, egal ob es Naturgesetze, ob es Religion sind, ob es die Corona-Krise ist, ob es darum geht, was das beste Essen auf der Welt ist, ob es darum geht, ob Drogen böse sind oder nicht, ob sie verboten sollen werden oder nicht oder was auch immer, egal was es ist, das ist nicht die Wahrheit. Und das gibt mir sowas von innere Ruhe, das gibt mir sowas von inneren Frieden, und weil ich jetzt endlich weiß oder spüre, spüre ist das richtige Wort, weil ich jetzt endlich spüre, dass es scheißegal ist, was die Wahrheit ist, was wir Menschen denken, was wir hier nach Wahrheit suchen, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, oh Mann. Das ist mir jetzt gefühlt egal, auf einer Verstandsebene, auf einer rationalen Ebene nicht. Mir ist trotzdem noch wichtig, dass die Wahrheit, die ich aus dem Menschsein her als richtig empfinde, dass ich die vorantreibe, wie zum Beispiel, dass psychedelische Substanzen nicht verboten sein sollten und der Zugang eröffnet werden sollte. Aber auf einer, ich nenne es jetzt mal, spirituellen Ebene, ist es mir scheißegal. Weil ich habe meine Wahrheit gesehen, ich habe die Wahrheit für mich entdeckt und das ist die Existenz selbst. Und das ist sehr beruhigend. Das ist wirklich sehr, sehr beruhigend. Und das ist das Zweite, das ich durch Psychedelika gelernt habe. Kommen wir nun zum dritten Punkt. Das Dritte, was ich gelernt habe durch Psychedelika, ist, mein Mentor ist Schmerz. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal komisch an. Aber Schmerz ist etwas sehr, sehr Gutes, etwas sehr Wichtiges für uns Menschen. Schmerz ist von der Natur in uns rein implementiert worden. Und das nicht ohne Grund. Schmerz ist das natürlichste Feedback-System für Änderungen im Menschen. Vielleicht auch im Leben selbst oder in allem, was Schmerz empfinden kann. Es gibt auch Bakterien, die, wenn sie auf etwas stoßen, was ihnen nicht gefällt, dass sie dann davon weggehen. So Einzeller, so ganz kleines Lebewesen. Bedeutet, in sehr kleinen Lebensformen ist schon vorhanden, es gibt etwas, das nicht gut ist, weg davon. Das heißt, dieses Feedback-System ist eingebaut worden. Hier nicht gut, geht er weg. Und das wirklich zieht sich auf alle Lebewesen bis ganz nach oben. Egal, ob es Pflanzen sind oder Tiere, zu dem ja auch der Mensch gehört. Und in uns Menschen ist das genauso ausgeprägt. Wenn wir eine heiße Herdplatte fassen, dann gehen wir da weg und machen wir das nicht mehr. Gerade als Kind erfahren wir sowas öfters. Und das prägt uns dann. Also wir lernen durch Schmerz. Oder wir lernen natürlich dadurch, dass Menschen uns intellektuell etwas erzählen oder uns etwas zeigen. Das haben ja auch viele Tiere. Also nicht jedes Tier muss wissen, dass es das nicht essen soll, dass es da nicht runterhüpfen soll. Sondern die Mutter oder der Vater oder andere Lebewesen können es ihm auch zeigen. Und so entstehen wir Menschen. Also wir lernen durch Schmerz, Erfahrung oder eben Wissen, was auch zur Erfahrung gehört. Was wir jetzt allerdings machen, wir Menschen, wir haben die Kapazität, dass wir Schmerzen katalysieren können. Wir haben die Fähigkeit, Schmerzen nicht fühlen zu können. Schmerz, der uns eigentlich etwas sagen möchte, der uns eigentlich ein Warnsignal geben möchte. Wir können ihn unterdrücken, weil wir so starke kognitive Leistungen erbringen können, dass wir das unterdrücken können. Mega krass, mega geil. Also andere Tiere können das nicht so. Die fühlen Schmerz. Das ist schlecht, das möchte ich nicht mehr weg, weg, weg. Und werden so eben konditioniert. Und wir Menschen werden so konditioniert, dass wir auch Schmerz nicht möchten. Und deshalb bauen wir zusätzlich noch den Mechanismus ein, dass dieser Schmerz in Zukunft auch nicht mehr gespürt werden soll. Das heißt, jetzt mal auf einem physisches Beispiel, wir fassen an der Herdplatte, wir fassen nicht mehr hin. Das heißt, wir fassen in Zukunft nicht mehr hin. Auf psychischer Ebene ist es allerdings so, wir erfahren zum Beispiel Scham, weil wir in der Schule gehänselt werden. Und jetzt merken wir uns, okay, also zum Beispiel in der Schule sind wir gehänselt worden, weil wir unser authentisches Ich ein bisschen gezeigt haben. Und dann sind wir dafür ausgelacht worden. Und das tat weh. Und jetzt später im Leben zeigen wir unser authentisches Selbst nicht mehr, weil wir Angst haben, wieder diesen Schmerz zu erfahren. Das Problem ist, das löst dann oft anderen Schmerz aus, weil etwas in uns eingesperrt ist. Weil das jetzt nicht einfach nur etwas Banales ist, sondern es ist etwas, was tief aus unserem Inneren kommt. Das heißt, was wir machen, wir wollen Schmerz nicht mehr spüren und deswegen sperren wir Sachen von uns ein. Wir sperren Gefühle, Emotionen ein. Wir sperren uns selbst ein, weil wir den Schmerz nicht mehr spüren wollen. Was jetzt aber passiert, was unser Verstand so vorgesehen hat oder vielleicht auch nicht vorgesehen hat, was bei uns eben passiert ist, wenn wir Dinge von uns einsperren, das fühlt sich nicht gut an. Das ist dann zwar nicht mehr so ein starker Schmerz, der spürbar ist, ist dann nicht mehr so stark, aber wir sperren ja nicht nur schlechte Sachen ein, sondern wir sperren auch gute Sachen ein. Das heißt, wenn wir diesen Schmerz einsperren oder uns selbst einsperren, sperren wir nicht nur ein, dass wir uns nicht mehr schlecht fühlen, sondern wir sperren auch ein, dass wir uns nicht mehr richtig gut fühlen. Das heißt, wir können nicht bestimmte Sachen betäuben. Wir betäuben alles und das ist, was wir machen als Menschen, was wir oft machen. Das heißt, Schmerz wird, wenn er nicht ausgedrückt wird, zu leiden. Das heißt, wenn du gerade leidest mit irgendwas, Depressionen sind da ein sehr gutes Beispiel dafür, aber auch andere Dinge, Leiden entsteht durch eingesperrte Energie, ob das jetzt Schmerzen sind oder was auch immer. Wir sperren Emotionen und Gefühle ein. Dabei ist Schmerz, wie gesagt, der beste Feedbackmechanismus. Und bei mir war das nicht anders. Ich möchte jetzt hier gar nichts zu tun. Ich habe mein ganzes Leben Dinge unterdrückt. Und ich unterdrücke auch heute noch Dinge. Das ist ein lebenslanger Prozess. Ich unterdrücke Schmerzen. Ich unterdrücke schlechte Gefühle. Ich möchte das nicht fühlen. Naja, mir geht's gut. Nee, nee, mir geht's gut. Ich unterdrücke hier nichts. Nee, nee, alles gut. Und was mir Psychedelika gezeigt haben, ist, dass Schmerz etwas Schönes ist. Weil nach Schmerz, nachdem sozusagen die Kurve einmal nach unten geht, geht sie auch wieder nach oben. Wenn du dir jetzt mal so ein Diagramm vorstellst, so ein Kurvendiagramm, es geht immer hoch und runter, hoch und runter. Das heißt, immer wenn es einmal runter geht, dann geht es auch wieder hoch. Und das haben mir Psychedelika gezeigt. Wenn ich Schmerz rauslasse, weil da haben sie mir geholfen, da haben mir diese Erfahrung sehr, sehr geholfen, das wirklich mal rauszulassen, dass ich unterdrücke. Dann folgt etwas Schönes. Dann folgt Frieden. Dann folgt Einheit. Dann folgt Emotion. Dann folgt Sicherheit. Und das habe ich gelernt, dass Schmerzen rauslassen gut ist. Das heißt, ich konnte oder ich kann immer noch mit diesen Erfahrungen mich so ein bisschen umprogrammieren, dass ich sage, hey. Da ist ein Schmerz, der will raus. Das wird jetzt ein bisschen scheiße. Du hast überhaupt keinen Bock drauf. Du hast überhaupt keinen Bock drauf, aber du weißt, dass es dir guttun wird. Das ist ein bisschen wie kalt duschen oder ein Eisbad nehmen. Du hast überhaupt keinen Bock drauf. Auch wenn du das schon jahrelang machst, und da spreche ich aus Erfahrung, also ich dusche schon seit einigen Jahren jetzt kalt. Ich stehe jedes Mal wieder davor und denke mir, ich habe keinen Bock drauf. Ich will nicht. Ich will warmes Wasser. Aber jedes Mal, wenn ich dann rauskomme und der Schmerz vorbei ist, denke ich mir so, geil. Weil Befreiung, Freiheit, das ist es. Und das haben mir psychedelische Erfahrungen auch immer wieder beigebracht. Auch während psychedelischen Erfahrungen war ich oft an so einem Punkt, an dem ich wusste, jetzt kommt was. Das möchte ich nicht. Ich möchte da jetzt eigentlich gar nicht rein. Nein, ich möchte jetzt nicht die Beziehung zu meinem besten Freund reflektieren. Ich möchte jetzt nicht meine Beziehung zu meinem Job, zu meinem Arbeitgeber reflektieren. Ich möchte das eigentlich gar nicht. Aber gut, ich mache es jetzt. Okay, okay. Ich gebe auf. Ich öffne mich. Ich lasse los. Lass es passieren. Und es passiert und es ist scheiße. Es tut richtig weh. Ich muss weinen. Denn Emotionen kommen raus, die ich schon seit Jahren unterdrückt habe. Und irgendwann endet es. Und was übrig bleibt, ja, was übrig bleibt, ist wirklich schön. Das kann ich dir jetzt gerade nur so sagen. Und ich spüre es jetzt gerade auch wirklich in mir. Ist das schön. Ist das schön, wenn wir authentische Energie freilassen können. Und da muss ich mich wirklich bedanken. Danke. Danke, Psychedelika. Danke, dass ihr mir das gezeigt habt. Was es bedeutet, authentische Schmerzen auszudrücken. Und das zu lernen. Und zu lernen, dass Schmerz ein guter Mentor ist. Dass Schmerz mir Dinge beibringen kann. Dass Schmerz mir zeigen kann, wer ich wirklich bin. Und dass Schmerz gut ist. Dass es weh tut, ich zu sein, wenn ich authentisch sein möchte. Das tut weh. Viele Menschen werden mich ablehnen. Und diesen Schmerz werde ich nicht wegdrücken. Ich bin eben, wie ich bin. Und wenn ich dann so bin zu bestimmten Menschen. Und die lehnen mich dann ab. Oh, das tut weh. Das tut weh. Aber ich möchte es spüren. Ich spüre diesen Schmerz, wie es weh tut, abgelehnt zu werden. Und ich spüre diese Ablehnung in meinem ganzen Körper. Und ich muss vielleicht auch weinen. Ich muss traurig sein. Ich liege da für Minuten, Stunden, Tage. Und es tut so weh. Aber ich spüre es. Und das macht mich zum Menschen. Das macht mich glücklich. Das macht uns gemeinsam glücklich. Und das ist das Dritte, das ich gelernt habe durch psychedelische Erfahrung. Nummer 4 ist. Glück ist ein Nebenprodukt. Und ich hatte ja auch immer so das Gefühl, ich muss dem Glück nachjagen. Doch was das ausgelöst hat, ist, dass ich nie purem Glück nachgejagt bin. Oder zumindest nie pures Glück erfahren habe. Sondern immer nur kurzfristiges. High Chasing wird das ja auch genannt. Sozusagen die Jagd nach den Hochs. Also wenn wir immer Party machen gehen und uns mit Drogen zuhauen. Und unter der Woche ist unser Leben jetzt vielleicht nicht so geil. Dann suchen wir das kurzfristige High. Wir suchen kurzfristig nach Befreiung. Und kurzfristig wollen wir uns gut fühlen. Doch was ist mit der langfristigen Zufriedenheit und dem langfristigen Glück? Wir möchten doch eigentlich einfach nur glücklich sein. Ich möchte glücklich sein. Und das ist auch etwas, was ich öfters gehört habe. Auch mit Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Sie wollen glücklich sein. Meine Erfahrung ist, umso mehr du glücklich sein möchtest, umso weniger wirst du glücklich sein. Dann suchst du, dann jagst du dieses High. Du jagst dieses gute Gefühl. Doch warum jagst du es? Du möchtest eben vom Schlechten weg. Und das passt auch zu dem, was ich davor gut gesagt habe. Du möchtest vom Schmerz weg. Schmerzen sind schlecht. Leiden ist schlecht. Ich möchte vom Leiden weg. Ich möchte einfach nichts, was schlecht ist. Ich möchte nur, was gut ist. Und diese Einstellung führt dich eben nicht zu langfristiger Zufriedenheit. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Ja, das wissen wir alle. Das Leben ist eine Abwechslung aus Highs und Lows. Die Frage ist, wie tief sind die Lows? Stell es dir wieder so vor wie ein Kurvendiagramm. Es geht hoch und runter. Aber die tiefsten Lows, ganz unten. Wie tief sind die denn? Und das können wir verändern. Wir können diese Lows verändern. Wir können unsere gesamte Kurve nach oben bewegen. Das heißt, unser ganzes Leben kann besser werden, ohne dass wir weniger Schmerz fühlen. Schmerz ist immer noch da, aber Schmerz ist vielleicht einfach nicht mehr so tiefgründig schlecht. Es ist eher so notwendig. Schmerz ist notwendig. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie wir dieses Glück als Nebenprodukt erreichen können. Wann entsteht Glück denn jetzt als Nebenprodukt? Und da sehe ich drei Schritte als super wichtig an. Und der erste Schritt ist, sich selbst kennenzulernen. Ganz einfach. Da haben mir Psychedelika eben sehr geholfen, mich selbst kennenzulernen. Wirklich mal tief reinzuschauen, wer ich bin. Warum ich so bin. Und warum ich vielleicht nicht die Person bin, die ich gerne wäre. Und vielleicht auch, ob die Person, die ich gerne wäre, wirklich die Person ist, die ich wirklich bin, die ich wirklich sein sollte. Wenn ich introvertiert bin, heißt das jetzt, dass ich extrovertiert werden sollte? Wenn ich extrovertiert bin, heißt das jetzt, dass ich ein bisschen ruhiger werden sollte? Warum bin ich überhaupt so? Bin das wirklich ich? Oder ist das nur eine Maske, die ich aufsetze, um bestimmte Dinge zu erreichen? Wie ist mein Leben bisher so verlaufen? Was ist alles so passiert? Wie ist meine Lebensgeschichte? Wie sind meine Beziehungen zu Menschen um mich herum? Wie sind meine Beziehungen heute? Wie geht es mir denn heute? Wie sind meine verschiedenen Lebensbereiche abgedeckt? Wie ist meine Ernährung so? Ernähre ich mich gut? Wie sind meine Freundschaften so? Wie ist mein Job? Bin ich damit zufrieden? Warum nicht? Was könnte ich besser machen? Was könnte ich anders machen? Wie ist mein Familienverhältnis? Wie bin ich eigentlich so? Und das ist der erste Schritt, den ich sehr wichtig empfinde. Sich selbst wirklich tief kennenzulernen. Und das kann auch alleine schwierig sein. Kann begrenzt sein. Weil wir immer wieder auf Blockaden stoßen. Nachdem du dich selbst kennengelernt hast. Oder nachdem ich mich wirklich selbst kennengelernt habe. Das nächste, was ich in mir definiert habe, ist, wer ich sein möchte. Was ist mir wichtig? Und was uns wichtig ist, ist letztendlich der entscheidende Punkt dafür, wie unser Leben nachher aussieht. Ein Beispiel. Mir ist wichtig, dass meine Freunde sich oft bei mir melden. Weil das zeigt mir, dass sie mich gern haben. Das zeigt mir, dass wir eine gute Freundschaft haben. Wenn meine Freunde das nicht so sehen. Wenn meine Freunde sagen, eine gute Freundschaft macht aus, wie es denn ist, wenn wir uns dann sehen. Dann haben wir eine Freundschaft. Wir haben eine Freundschaft. Aber meine Freunde sind glücklich mit der Freundschaft. Und ich bin unglücklich mit der Freundschaft. Wie du siehst, es passiert genau das Gleiche. Aber ich entscheide, ob ich eben glücklich bin oder nicht mit dieser Freundschaft. Das heißt, indem ich definiere, was mir wichtig ist und wie ich messe, was mir wichtig ist. Dadurch entscheide ich, ob ich glücklich bin. Und das ist der zweite Schritt, den ich als sehr wichtig empfinde. Sich selbst zu definieren. Auszudefinieren. Was es bedeutet, ich zu sein. Und der dritte Punkt, nachdem ich das gemacht habe, ist, die eigene Imperfektion anzuerkennen. Wirklich anzuerkennen, dass nie alles genauso laufen wird, wie ich das gerne möchte. Und das sehen wir jetzt auch gerade hier im Weltgeschehen. Es läuft für keinen genau, wie er oder sie sich das gedacht hatte. Und das ist so normal. Das wird immer passieren. Weil wir Menschen nicht perfekt sind und weil die Welt auch nicht perfekt ist. Weil alles eben irgendwie passiert. Und egal, was passiert, ich bin immer noch ich. Das heißt, wenn ich jetzt mich ändern möchte und ich schaffe es nicht, dann bin ich trotzdem ich. Dann mag ich mich trotzdem. Weil ich unperfekt bin. Ich liebe mich trotzdem. Egal, was ich bin. Egal, was ich mache. Und diese drei Schritte halte ich für die wichtigsten zum Glück. Denn dann entsteht Glück einfach als Nebenprodukt. Es entsteht einfach. Und den Prozess habe ich selbst an mir erkannt, dass der funktioniert. Und deswegen gebe ich ihn auch inzwischen an andere Menschen weiter und helfe ihnen auf diesem Wege zum Glück. Führe sie durch diese Schritte. Und wenn du auch diese Schritte gehen möchtest, wenn das für dich interessant klingt, dann warte noch bis ans Ende dieses Podcasts. Dann erzähle ich dir mehr dazu, wie du diese drei Schritte für dich anwenden kannst. Und nun kommen wir zum fünften und letzten Punkt der Dinge, die ich durch Psychedelika gelernt habe. Und das ist eine Neuigkeit vielleicht für dich. Vielleicht aber auch nicht. Du wirst sterben. Das ist die fünfte Erkenntnis. Und ja, das ist jetzt News News. Wusste vorher noch niemand. Wenn das jetzt überall auf der Welt in den Nachrichten plötzlich einmal kommen würde, du wirst sterben, was sich dann wohl ändern würde, weil das ist das, was ich in mir gespürt habe, sagt dir das einfach immer mal wieder, du wirst sterben. Du wirst sterben. Das heißt, wenn du mal wieder einen Tag hast, an dem du faul bist und irgendwie Dinge machst, die dich gar nicht weiterbringen, die dich gar nicht glücklich machen, die dich einfach nur Zeit verplempern lassen, dann sag dir mal, hey, du wirst sterben. Du wirst sterben. Das ist irgendwann vorbei. Und wie ich damit umgehe, das ist vielleicht sehr spezifisch, aber der Tod ist für mich etwas Natürliches, für mich aber auch vor allem etwas Gutes. Weil eben, wie gerade gesagt, es gibt dir Motivation. Es gibt dir Motivation zu leben. Das ist die ultimative Lebensmotivation, dass das Leben irgendwann vorbei ist. Mehr Motivation geht nicht. Und bei psychedelischen Erfahrungen bekommen wir auch oft das Gefühl, dass wir sterben. Weil eben unser Sinn für uns selbst durch diese Erfahrung aufgelöst wird. Und deshalb kann es auch durchaus zu solchen Gefühlen kommen. Beziehungsweise nicht mehr zu solchen Gefühlen, sondern zu absoluter Abstinenz von Leben. Das bedeutet, durch diese Erfahrung habe ich die Möglichkeit gehabt, zu sterben, bevor ich sterbe. Und das hat mir wirklich gezeigt, erstmal, sterben ist gar nicht so schlimm, weil, wenn du tot bist, dann ist auch nichts mehr da, was das schlimm finden könnte. Deswegen, der Tod an sich ist erstmal gar nicht schlimm. Das Sterben ist natürlich das, wovon wir Angst haben, wenn es einfach vorbeigeht. Und was ich da gemacht habe, ist, dass ich mir das Meer ins Gedächtnis gerufen habe, der Tod, mich richtig damit beschäftigt habe, auch tatsächlich so weit gegangen bin, dass ich in einer Meditation oder auch sonst, wenn ich mal Zeit habe und nachdenke, dass ich mich in meinen Tod reinfühle, dass ich mir vorstelle, wie sich das anfühlt, wie das sein wird, wenn mein Bewusstsein, sagen wir mal wenige Sekunden, bevor ich sterbe, langsam runterfährt, runterfährt, die Sinneswahrnehmungen fahren runter, fährt runter, es ist nichts mehr da, es ist weg. Ich bin tot. Sich diesen Tod immer wieder vor Augen zu führen, das hilft wirklich. Also mir hat es sehr geholfen. Für mich war aber der Auslöser eben, wie gesagt, psychodelische Reisen, die mir diesen Tod immer wieder vor Augen geführt haben und mir zeitgleich gezeigt haben, wie geil das Leben ist, wie dankbar ich sein muss für dieses Leben, wie unglaublich schön jeder Moment, jeder einzelne Moment dieses Lebens ist, auch jetzt gerade hier, dass ich hier reinsprechen darf. Ich kann hier reinsprechen in dieses Mikrofon, ich kann zu dir sprechen und du kannst zuhören. Wir können das machen. Geil. Wir haben ein Bewusstsein. Du hast eins, ich habe eins. Wir haben das einfach. Wir können das machen. Und das Gegenteil davon ist, dass wir es nicht mehr machen können. Das heißt, jedes Mal, wenn wir das machen können, wenn du zuhören kannst, wenn ich sprechen kann, wenn wir wahrnehmen können, geil. Das ist so toll. Das ist so schön, dieses Leben. Ich genieße es, solange es noch da ist und ich genieße jede einzelne Sekunde, egal ob Schmerz, Leiden, Freude, Glück, Ekstase, alles, alles gehört dazu. Alles ist Teil des Lebens. Und es ist nur deswegen so geil. Es ist nur deswegen so gut, weil das Leben irgendwann endet, weil ich irgendwann sterben werde. Gott sei Dank werde ich sterben. Glücklicherweise werde ich sterben, damit ich das jetzt alles so wahrnehmen kann, weil wenn ich nicht sterben müsste, dann hätte ich ja eigentlich alles, was erlebbar ist, schon mal erlebt. Das ist irgendwie langweilig. Mensch sein ist nur Mensch sein, weil wir sterben müssen. Und dafür ist unser Ego eben auch wieder verantwortlich, für diese Angst vorm Tod. Es ist eben dieser Trennungsmechanismus. Trennung. Das Ego ist dazu da, um zu trennen, um zu verstehen, das ist ein Laptop, das ist eine Wand, das ist ein Glas mit Wasser, das bist du, das bin ich, hier bin ich, du bist nicht ich. Das sind unterschiedliche Dinge. Dafür ist der Verstand da. Und der Verstand hat eben folglicherweise Angst vor Einheit, weil er ist zum Trennen da, weshalb eine Ego-Auflösung bei Psychedelika auch oft schwierig sein kann, weil wir da in die Einheit gehen, weil der Mechanismus für Trennung weggeht. Und wer einmal diesen Trennungsmechanismus weg hatte, wer einmal in der Einheit war, der hat auch viel weniger Angst vor der Einheit. Der möchte Trennung nicht mehr so stark, also in bestimmten Situationen. Und das haben mir Psychedelika gezeigt. Geil. So. Ja, schön, dass ich das mal jetzt wirklich loswerden durfte. Und ich hoffe, ich konnte dir damit auch irgendwie weiterhelfen. Und kann dich hoffentlich auch dazu inspirieren, dass du keine Zeit verschwendest. Und das tust, was dich wirklich glücklich macht. Das tust, was dich wirklich weiterbringt. Und endlich die Person wirst, die du wirklich bist. Wenn du es noch nicht bist, vielleicht bist du es ja auch schon, gefühlt. Wir alle sind ja auch irgendwie schon fertig. Aber vielleicht kann man da noch ein bisschen was fein schleifen. Und wie ich es vorhin angesprochen habe, wenn dich dieser Prozess dahin, wenn du das Gefühl hast, dass dieser Prozess alleine irgendwie nicht so einfach ist. Ich erzähle hier immer so ein bisschen theoretisch was, aber vom Zuhören allein ändert sich ja noch nichts. Vom Zuhören allein ist noch kein, da gibt es so einen Spruch, ich weiß jetzt gerade nicht was, noch kein Profi geboren, sage ich jetzt mal. Es geht letztendlich auch ums Umsetzen, um diese einzelnen Schritte, die nacheinander durchzugehen und zu seinem wahren Ich zu kommen, zum wahren Glück zu kommen. Nicht zu dem Glück, das wir immer jagen, sondern zum wahren inneren, zufriedenen Glück, das wir spüren können. Und wenn dich das interessiert, dass ich dich auf diesem Weg begleite, dass ich dich einzeln durch diese Schritte leite, unter meiner Anleitung, und wir das gemeinsam umsetzen, wenn du genug hast davon, wie es jetzt ist in deinem Leben, wenn du es wirklich endlich mal machen willst, jetzt ist der Zeitpunkt, es zu machen, dann schau unbedingt auf meine Website jascharenner.com und bewirb dich bei mir. Und wenn wir beide das Gefühl haben, dass es passt, dann lass uns doch gemeinsam endlich diese Schritte umsetzen, die dich an dein Ziel bringen. So, und jetzt sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich danke dir viel, vielmals fürs Zuhören. Und ich hoffe, du konntest aus meinen fünf Punkten, aus meinen fünf Dingen, die ich durch Psychedelika gelernt habe, ich möchte sie wieder nochmal zusammenfassen, etwas mitnehmen. Erstens, Angst ist der primäre Treiber der Menschheit. Habe Empathie für diese Angst, für deine eigene und für die der anderen. Zweitens, suche nicht nach der Wahrheit, denn es gibt keine Wahrheit in dem Sinne, wie wir Menschen Wahrheit verstehen und Wahrheit suchen. Es gibt aus meiner Sicht nur die eine universelle Wahrheit. Drittens, mein Mentor ist Schmerz. Schmerz ist etwas Gutes. Schmerz wird erst zu leiden, wenn wir Schmerz nicht wollen. Schmerz ist ein Warnsignal, das uns in bestimmte Richtungen leiten soll. Höre auf den Schmerz, lass ihn zu. Viertens, Glück ist ein Nebenprodukt. Wenn du glücklich sein willst, dann höre auf, Glück zu suchen. Höre auf, nach kurzfristigen Highs zu suchen. Nach bestimmten Drogen. Nach emotionalen Highs. Oder nach Instagram-Highs. Sondern fang an, dich kennenzulernen. Fang an, zu definieren, was dir wichtig ist. Und erkenne an, dass du imperfect bist. Und letztens, fünftens, du wirst sterben. Allein das sollte uns alle aneinander lieben lassen. Allein das sollte die Menschheit zu einem besseren Ort machen. So, und jetzt bin ich fertig. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit und ich freue mich schon, dich wieder beim nächsten Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dahin sage ich Tschau. Dein Jascha von Seton Setting. Bis dann. Dein Jascha von Seton Setting. Dein Jascha von Seton Setting. Dein Jascha von Seton Setting.